So, frisch von der IWA, ich zeige euch mal gleich einen von den drei neuen Simplex, was natürlich sofort auffällt, neues Bedienfeld, schön beleuchtet, vor allen Dingen wie vorher auch, hat der Legend ja leider nicht so, nicht dass ich jetzt meckern wollen würde, aber das sieht man natürlich wesentlich schöner und schöne Haptik vor allen Dingen, also fassen sich gut an, mal gucken wie später mit dem Schmutz ist da in den Ecken, aber das fühlt sich schon mal gut an. Ihr seht was dazugekommen ist, ist hier Recovery Speed tatsächlich und ich muss mir den mal in Ruhe angucken, ich klau mir den gleich, ich klau den einfach, können wir doch einfach mitnehmen, wegnehmen. Ne, wir werden beobachtet. Von wem? Beäugert. Okay, aber das coole ist, schaut mal, komplett Carbon, könnte also sehr, sehr interessant werden und es gibt drei Varianten, einmal die Ultra, einmal die Bluetooth Variante und einmal die Light Variante, die hat dann nicht das ganze Carbon, aber cooler Schritt. Ja, das geht.